Ja, YouTube war Skater und heute mache ich in meinem Fall den 101 Sniper Challenge und gucken wir mal mehr als Besseren rein. Die Punkten gibt es 30 und ja, let's begin. Okay, gehe ich neben der Maske an die Barista mit Ghosthunk. Ghosthunk ist mein Niki-Sunk. Ich habe hier das eigene Spiel, habe ich meinen Freund kopiert. Okay. Okay, meine Freundin. Oh, ne, ne, ne. Ich knüpf, kommt mir fast. Okay. Wenn ich mir eine Freundschaftsabfrage schicken wollte, dann weiß ich, wie er steht unten im Loch, dann kann man nichts wirklich sehen. Ich fasse bei Blackout 2, die er steht unten im Loch. Ich versuche mit Schwarzgruppen. Ich frage mir nur zwei Bieter und keine Ahnung, von welchem Game-Bieter will ich sauber. weil der die Leidler heckt, und da muss ich eine Dachsteilung halten. Wir sehen uns eine. Ja, mhm. Mhm. Erheckt. Ach so, erheckt. Mhm. Komm her, du, Necker. Bumm! Wer gegen mich, wenn du einen Sniper willst, dann schreib ich einfach auf die Kommentare, wenn du mich über einen Sniper, dann schick ich mir über einen Sniper, dann mach ich euch über einen Sniper. Ich habe noch keinen Bock auf Diamant, sonst hätte ich nicht die Gaufe angenommen, sonst hätte ich irgendwie Diamant angenommen. Ich schieße gerade 8 zu 6. Komm her, komm her. Digga, digga, ich glaube das ist mein Hartz-Kopf. Musik Frau, ich will doch meine Gäste. Tja, mit wie viel hier weiß ich alles? Ja jetzt, ich will doch mal eine Promi, was ist das? No, ich will doch mal ein Promi, werde ich gleich nicht zu eins machst. Och ich will doch ein Promi und ein Promi und dann stört mal ganz vor. Ich hab' mir ein bisschen aufgeregt. Ich fühl' mich. 10 zu 9. Oh, nice. Das wär' nicht sein. Digga! Digga! Was? Er hat gecoachet! Er hat wirklich gecoachet! Oh ja! Und, muss noch ein Trick sein? Ich beende sie also. Mit gar keinen Korrektieren. Nimm die. Tuh! Juhu! Richtig nice. P-Slighter! P-Slighter! P-Slighter!